Wir schwellen ja gerade so ein bisschen auf einer Steelbook-Welle. Was machst du denn da schon wieder? Ich bin auch clever aufgemacht. Ich habe für ein bisschen weniger Geld leider mit einer Delle, die mir nicht aufgefallen ist, weil mir wurde der Film in die Hand gedrückt, weil da ist man so nicht rangekommen. Ich habe Hatship 2 mitgenommen im DVD-Stil. Ich hatte ja schon den ersten und ich wollte auch noch Teil 2 und Teil 3, der jetzt auch rausgekommen ist unbedingt haben. Ich bin jetzt für 21 Euro mitgenommen und bin wirklich, wirklich. Den zweiten kenne ich sogar noch. Der hat mir auch richtig gut gefallen. Der war super. Von der Gewalt her auch exorbitant. Ich erwähne nur diese berühmte Szene, Mann wird mit eigenem Dickdarm erwürgt. Und da haben wir sie. Da haben wir auch ein Bild zu. Also das ist wirklich ein klasse Film. Das andere Bild hier kann ich euch nur halb zeigen, weil da ist eine nackte Frau drauf. Und das mag ja YouTube nicht. Das tut mir leid für die Geräusche. Teil 2 und 3 sind ja nur in Österreich erschienen von Illusions Unlimited rausgebracht haben. Und ich glaube auch, dass die Rückseite hier diese kleine Filminformation aufgeklebt ist. Aber das schauen wir gleich mal nach, wenn wir es auspacken oder ausgepackt fahren. So. Ich habe hier da. Ich frage mich auch gerade, wie man das bei der OFDB einträgt mit, gekauft bei Filmbörse. Filmbörse Berlin. Okay, von innen recht unspektakulär. Und die DVD sieht jetzt auch nicht Bombe aus. Diese riesen, die ungeschnittene Fassung hätten sich auch sparen können. Aber es ist ein bisschen, es ist nicht glänzend wie der erste Teil, es ist eher matt. Aber wie es hier so schön steht, wer den ersten Teil liebte, wir den zweiten Teil heiraten. Ja. Ich freue mich. Schau mal eben nach. Ja, das ist wirklich nur aufgeklebt. Aber ich werde es nicht abmachen, weil es ist anscheinend nur dünnes Papier. Und hier unten, wie erwähnt, so eine kleine Delle. Man sieht sie auch. Zeig es mal kurz. Es ist echt ärgerlich. Es ist ja wirklich tolle. Ich habe es ja nur im Auto gefühlt und da hat es sich auch nicht schön angefühlt. Es ist ärgerlich, aber ich habe es auch nicht bemerkt, weil die ist an einer Stelle, wo man jetzt nicht anfasst. Das war auch unsere 210 Euro Bestellung. Und da mir irgendwie Teil 2 nicht gereicht hat, habe ich auch noch Teil 3 mitgenommen. Sieht auch richtig gut aus hier in so einem hellen Stilbuch mit Schwarz. Ich dachte auch erstens, es ist eine Energy mit einer durchsichtigen Hülle. Von Weitem. Das war ja auch nicht so ganz griffbereit für uns Kleinen. Und da ist auch schon auf. Auch ein bisschen matt gehalten, ein bisschen anders als der andere. Auch hier hinten wieder so ein Papierbild draufgeklebt und streng limitiert auf 2000 Stück. Ich habe die Nummer 752 bekommen. Und ich freue mich drauf. Also den dritten, wie gesagt, kenne ich noch nicht, aber er ist auch der kürzeste der Reihe. Der ganzen Trilogie mit 78 Minuten. Aber das wird definitiv demnächst geguckt. Ja. Daniel Harris, so heißt er. Ich habe mal überlegt, wie die Hauptdarstellerin hieß. Daniel Harris. Und sie steht sogar vorne drauf. Aber was ich ja jetzt, wenn ich das mal ganz kurz... Hier ist nur eine Axt drauf, da drei. Auf dem ersten sind auch nur eine. Ja, aber warum haben sie beim zweiten nicht zwei Axte gemacht? Ja, weil da noch die Hand drauf ist. Nee, die Begründung reicht mir nicht. Ja, ist doof, aber egal. Das wäre doch eigentlich gut gewesen. Ich weiß nicht nur, was ich weitermachen soll. Mit dem da. Ich mache mit dem. Ja, macht bitte. Machen wir die Mediabooks so fast weg. So fast weg. Machen wir mit dem Mediabook weiter. Oder machst du halt die zwei anderen Sachen. Wir machen mit dem Mediabook weiter. Nein, wir machen mit den anderen zwei Sachen weiter. Wir hatten jetzt genug Mediabooks, jetzt geht das mal mit anderen Sachen weiter. Daniela mit dem. Ich mache mit dem weiter. Oh mein. Ist nicht so neu. Ich habe für 10 Euro eine Hardbox ergattert. Von Lucio Fucci. Eine kleine Hardbox, ne? Ja, doch. Das Haus an der Friedrichsma. Ja, es ist eine kleine. Von der Größe her wäre das schon ziemlich winzig für eine große. Lag da so rum vor der Nase. Ich immer noch im Kaufrausch. Wie gesagt, 210 Euro Bestellung. Und da sind die 10 Euro davon. Das sind die 10 Euro davon. Und Bestellung nicht kauft. Ja, komm. Du weißt ja, was ich meine. Und ich habe sie mitgenommen. Und ich habe noch andere. Ja, es gab ein Metalpack. Es gab auch noch das Mediabook. Aber zu einem Preis, der jenseits von Gut und Böse war. Ja. Und wie gewiss andere Preise von Mediabooks. Ich möchte nochmal erwähnen. Die Holzbox von Tanz der Teufel 2. 100 Euro. 100 Euro oder 139 Euro. Ich habe sie zweimal gesehen. Also wer Spaß daran hat, so viel Geld dafür auszugeben, ich hatte nicht Lust. Ich hätte den Film gern. Das normale Mediabook auch 60, 80 Euro. Dann hätte sie vielleicht nochmal um 5 Euro runterhandeln. Aber die 5 Euro. Ja, das hätte sie nicht besser gemacht. So, jetzt habe ich sie ausgepackt und entwertet. Jetzt ist sie nichts mehr wert. Das ist auch keine Limitierung. Ist aber eigentlich limitiert. Aber es ist keine Limitierungsnummer angegeben. Ist mir auch eigentlich egal. Ich mag zwar, wenn da Zahlen draufstehen, aber... Ja, typisch unspektakulär, wie eine Hardbox halt ist. Nichts Besonderes. Obwohl, da war eine Nummer drin. Ich muss gestehen, sie ist mir da so... Ja? Da. Du hast Nummer 3.231. Meinst du echt, das ist... Nein, das war ein Witz. Das ist wahrscheinlich nur die Produktionsreihe der Plastikverpackung oder so. Wie gesagt, die ist mir ein bisschen auch reingerutscht. Ich hatte so einen größeren Stapel. Nicht so groß wie ich, aber... Ist sie hängen geblieben, weil ich dachte... Ich hätte vielleicht, wenn ich... Ich war ein Kaufhaus, hätte ich nüchtern gedacht, hätte ich es nicht genommen wahrscheinlich. Aber trotzdem freue ich mich. Nüchtern denken war nicht mehr möglich. Nee, in dem Moment echt nicht. Und kommen wir zur nächsten Hardbox. Genau. Und da bin ich mal sehr stolz. Da habe ich... Das Wunschcover. Die stand auf meiner Liste. Es ist das Wunschcover. Es ist auch neu erschienen. Es ist auch mein Wunschcover. Es ist jetzt neu erschienen. Deswegen ist es jetzt auch nicht so unspektakulär, da ranzukommen. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich halte sie jetzt einfach mal rein. Pader Bum. Midnight Meat Train in der kleinen Hardbox DVD. Die von der Blu-Ray stand da auch rum. Aber ich wollte lieber 5 Euro sparen. Ich weiß jetzt eigentlich was denn. Aber ich finde das einfach irgendwie besser. Und das Cover hätte ich auch gerne. Genau. Das ist echt mein Lieblingscover von den 4 Versionen, die es gibt. Das sieht einfach geil aus. Hättest du gerne als Mediabook-Cover gehabt. Ja, aber es ist ja weg. Es ist nur noch teuer zu haben. Es ist ja wirklich out of print, sozusagen. Wir hätten, wenn wir vielleicht an dem einen Stand rechtzeitig gewesen hätten, das da vielleicht sogar noch gekriegt. Aber auch nur teuer wahrscheinlich. Also was heißt teuer, aber auch nicht so billig. Ja, und jetzt hast du es auf Hardbox. Genau. Die anderen Cover sind auch okay, aber das ist echt mein Lieblingscover, weil es einfach irgendwie den Style am besten beschreibt von diesem Film, finde ich. Also das zeigt ganz gut, was einen in dem Film erwartet. Ich habe hier auch keine Ahnung. Du kennst ihn ja schon, ne? Ich habe ihn schon gesehen und bin wirklich begeistert. Also der Film strotzt ja wirklich nur so vor Gewalt. Das ist ja der reinste Wahnsinn. Ich würde wahrscheinlich die Hälfte der Zeit nicht hingucken. Das ist ja auch wirklich eine gute Verfilmung von der Mike Barker-Geschichte. So, jetzt habe ich es. Sie hört jetzt ausgepackt aus. Und für neu. Und da habe ich wieder die 3231. Ist das ein Wunder. Genau. Naja, es ist einmal XT-Video und einmal NSM. Da siehst du dann doch schon ein Wunder. Ich bin auf jeden Fall sehr zufrieden. Gibt es da Extras drauf? Ja, tatsächlich. Ich gebe ein paar Extras. Na, stellt er scharf. Bin gespannt. Audio-Kommentar von Clyde Barker. Geil. Da freue ich mich ja drauf. Das waren meine Hauptbotsen. Wenn der Autor den Film selber nochmal bespricht im Audio-Kommentar. Ich lege das jetzt mal hier oben drauf. Soll ich dann weitermachen? Ja, unbedingt. Du weißt nicht was. Ja, mit meinen nächsten Media-Box. Also ich habe nochmal bei ein paar anderen Media-Box zugeschlagen. Ja, du weißten ja noch ein paar, ne? Ich habe auch nur eins, aber das kommt echt. Also ich habe auch zugeschlagen bei einem Film. Leider nicht im Wunsch-Cover. Ich habe mir mit Noi-Meetra einen Media-Book gekauft. Ich glaube, das ist Cover A. Das ist mein zweitliebstes Cover. Ich hätte natürlich lieber das andere gehabt, was ihr da oben seht. Aber das ist so, mit dem kann ich mir auch entfallen. Und ich habe es jetzt im Media-Book für 23, 25 Euro, 22 Euro. Ich bin mir gerade echt unsicher. Ich glaube, Hatchet war... 23, 23 Euro Hatchet und 23 Euro, genau, 23 Euro Wank. 23. Schauen wir mal rein. Haben wir, wie gesagt, ja auch ein bisschen Rabatt nachher bekommen auf die Masse, aber... Ich bräuchte mal das Cutter-Messer. Aber gehen doch, Mensch. Du willst mich aber hier nur behindern, dass ich auch so lange brauche. Ja, dann würdest du sagen, kann ich kümmern, du hast genau so lange. Oh Gott. Und dann, damit du mit deinem Media-Book wieder auf meinem Media-Book rumhauen kannst. Ja. Hat es übrigens auch auf der Filmbörse getan. Aber du hast es danach ja nicht mal mehr gekauft. Ja, weil es beschädigt war. Weil ich rauf rumgehängert habe. Oh, mal so ganz nebenbei, während du dich damit beschäftigst, das aufzumachen, da waren echt tolle Schnäppchen. Da lag zum Beispiel, da lag auch ein Stand, oder war ein Stand, wo du hättest vier Hardboxen für 10 Euro kaufen können. Weil CMV, CMD, CM Medien, 15-jähriges Jubiläum-Feier. So, da haben wir sie ausgepackt. Oh. Ah, da passt es jetzt auch. Da habe ich schon mal das nächste Cover von dem 800-Media-Book oder der Hardbox. Das gibt es ja auch, wie er da zu sehen ist. Dann haben wir hier mein Lieblings-Cover auf dem Booklet. Das ist doch wenigstens. Und auch hier haben wir... Wahrscheinlich wieder so ein durchgehendes Bild, was von links anfängt und rechts aufhört. Und sehen wir einmal... Aber das zeigen wir jetzt nicht, weil daraus... Halt es mal ein bisschen tiefer, sonst sieht das gar keiner. Machen wir auch mit Mickey und Melody Schaum so ausfindlich. Ja, unbedingt. Da können wir sogar beide Editions nochmal genauer vorstellen. Und vergleichen. Und vergleichen, ja. Und übrigens hier ein paar... Ich bin ja mal spannend, was so in der Mitte erscheint. Hoffentlich gibt es hier keine wirkliche Mitte. Egal. Ist auch ein bisschen dünner. Die kenne ich. Ja, ist egal. Entschuldigung. Und dann haben wir hier die DVD. Da liegt ne Leiche. Ja. Aua. Warum? Wie, sterben da Leute drinne? Nein. Okay, gut. Ich will mich keine Filme schauen, wo Leute mitten. Willst du mit weitermachen, oder soll ich? Weil ich hab ja noch ein paar mehr Mediabooks. Du hast noch sechs... Oh, naja, du hast noch sechs Sachen. Ich hab's verraten. Gewonnen. Und ich hab noch vier Sachen. Okay, ich mach weiter. Mach weiter. Und zwar mit dem billigsten Mediabook... Ne, zweitbilligsten Mediabook des Tages. Bellygirls vs. Yakuza Teil 1 und 2 in der 3er Disc Collector Edition für 16 Euro. Und da ist mir ja der Kopf geplatzt. Ich steh nämlich sehr auf diese japanischen Splatter Filme. Und ich kenn den jetzt noch nicht, aber ich hab sehr viel Gutes davon gehört. Und hab eigentlich immer Bock drauf, mir sowas anzugucken. Und find das auch immer sehr lustig. Und für 16 Euro 3er Disc Edition mit Soundtrack CD konnte ich nicht stehen lassen. Zwei Filme und Musik. Zwei Filme und Musik. Für 16 Euro. Wo gibt's das heute noch? Und noch ein Buch dazu. Wo gibt's das heute noch? Heute zahlt sich schon für eine CD 16 Euro. Ja. Und da ist nicht mal viel drauf. Stimmt, Musik ist teuer, ne? Wird auch selten richtig billig. Also ab und an, aber dann ist es auch schon ein paar Jahre alt, das Ding. Ja, und dann willst du es nicht mehr haben, weil du hast es dir teuer gekauft. Genau. Oh, da waren ja heute auch einige Sachen drinne. Die hast du dir teuer gekauft und nicht billig. Beziehungsweise egal. Da bin ich einfach nur mal. Ich hab wieder meine Limitierungsnummer. Und zwar Nummer 197 von 2000. Ja, ich hab heute nicht eine, ne? Ich glaub, ich hab nicht eine. Bin enttäuscht. Egal. Schauen wir doch auch mal kurz rein. Hier einmal den Soundtrack. Lustigerweise vorne. Schauen wir mal kurz. Oh, hallo. Ich glaub, das ist kein Film, wo ich mich koche. Naja, hier haben wir das Cover der Cut-Version aus Deutschland. The Ultimate Battle Royale, The Revenge Duel in Hell. Wird Siegertid ja auf jeden Fall schon mal. Ich freu mich auf jeden Fall drauf, den Film den nächsten anzuschauen. Hier kann es ja gar nicht abgedreht genug sein. Oh, 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 oh. Okay, darauf war ich jetzt nicht gefasst. Aber gut. Alles klar. Lassen wir es einfach mal so stehen. Gut, dass wir in die Pornos die Volt gekauft haben, die auch noch vorstellen, ne? Du meinst Analteams in Part 4? Das war übrigens sehr schön. Wir gehen in den 1,18er-Bereich. Es liegt so eine rote Hülle oder Kiste rum mit einzelnen Papierhüllen. Und ich gucke so, was ist das denn? Und sie redet davon, ja, hier liegt ja der ganze Hardcore-Scheiß. Und meint noch zu ihr, ja, drehe ich mal um mit einem Hardcore-Scheiß. Und in dem Moment beugt sich ein gut gelaunter älterer Mitbürger ganz tief in diese Kiste und sucht euch irgendwas aus. Ich möchte ja nicht sagen Klischee, liebe Freunde, aber es ist ein Klischee. Gut. Mach ich mal weiter. Mach weiter, genau das. Mit meinem vorletzten Mediabook. Auch, ich finde es billig. Ja. Ich bin auch, auch wieder ein Film, den wir nicht kennen. Aber ich bin sehr gespannt drauf. The Human Centipide. Oder Piet. Centipede. Centipede. Ja, der menschliche Tausendfüßler. So. Egal. Ich hätte mir auch gerne noch den zweiten Teil geholt, der Ersthoflager, aber der erst gab es in der schwarzen, ich glaube Cover A Version, nur für 44, 45 Euro. Genau. Und das war mir echt zu viel Geld. Und da habe ich gesagt, okay, dann warte ich lieber auf die zweite Auflage. Da kommt nämlich auch eine ganz gute Version in einem weißen Mediabook. Und das werde ich mir dann bestellen für 30 Euro, glaube ich, kommt das. Warte aber nicht zu lange, sonst ist es weg. Ja, und ich werde mir dann die weiße Version... Obwohl, die meisten haben es ja schon, ne, in der Ersthoflager. Ja, und die werden dann sagen, es ist aber nicht die Ersthoflager, dann sind sie mir scheißegal, weil ich habe dann ein cooles weißes Cover. Du stehst ja auf weiß. Ich finde diesen Kontrast echt gut. Also doch eher härtere Filme, weiße Cover, Frontiers, Hardbox. In diesem hellen Cover hätte ich mir gekauft, wenn ich den Film nicht hätte. Tja, ich habe mir auch Filme zusammengekauft. Das ist ausgepackt. Hier ist ein bisschen... Es ist Autofilm, ich will ihn sehen, aber ich glaube, da werde ich nachher auch wieder weggucken. Und irgendwann vielleicht auch sogar abschalten. Ich bin mal gespannt. Es gibt ja auch viele, die sagen, das ist der größte Rotz, den sie hier gesehen haben. Ja, da waren heute ein paar Männer, die den Platz weggenommen haben. Und die haben sich auch bei diesem Film unterhalten, von wegen kranke Scheiße und so. Naja, es ist ja wahrscheinlich auch... Es ist ja auch kranke Scheiße. Ich meine, wenn man mal weiß, worum es geht, und ich glaube, jeder weiß, worum es geht, ein Bild dazu, man kann es sich vorstellen. Der Film heißt Der menschliche Tausendfüßler. Also es geht, ganz grob gesagt, weil mehr kenne ich auch nicht, ein verrückter Wissenschaftler will Menschen zusammennähen. Und zwar Gesicht an Arsch. Oder Arsch an Gesicht, je nachdem, wie man das jetzt nennen will. Okay, da haben wir hier vorne, kommen wir einfach mal zu der Edition, die Blu-ray. Mit dem Uncensored Directors Cut. Und dann haben wir hier die DVD und die Bonus-DVD. Oder? War noch eine Bonus-DVD. Ich möchte jetzt nichts Falsches behaupten. Das ist eine DVD auf jeden Fall. Bonus. Gut, weil hinten war nicht so viel angegeben dazu. Jetzt lass mich sie ja noch mehr hier wieder reinpacken. Ja. Ja. Lass ich da auch. Dann gucken wir noch mal kurz rein. Maschinenbilder. Wie tief denn noch? Soll ich ihn gleich auf den Tisch legen? Ja. Nein. Hier Filmografien, Meinungen, Fakten. Noch mehr Filmografien. Da gab es ja nur eine Auflage, ne? Vorm ersten gab es, glaube ich, wirklich nur dieses grüne. Was soll das denn da sein? Ich habe keine Ahnung, aber anscheinend wird das benutzt, um das Gesicht festzunehmen. Oh, ich glaube, ich werde jetzt schon... Ich bin mal gespannt auf den Film. Ich habe keine Ahnung, ob der mir wirklich gefallen wird. Ich gucke mit, aber... Und bin gelangweilt. Wir kommen zu einem Film, den wir mal zufällig im Mediamarkt rumliegen sehen haben. Und in dem anscheinend Malcolm McDowell mitspielt, wie ich gerade lese. Wenn jetzt noch Danny Trejo auftaucht, dann ist es ein guter Film. Dann ist es ein großartiger Film, aber er steht nicht drauf. Schade. Der uns irgendwie vom Kaffee her angesprochen hat erstmal. Und von der Geschichte. Weil es merkwürdig ist. Und von der Geschichte. Und ich wusste halt, es gibt dieses Mediabook und ich habe es dann rumliegen sehen. Und das war auch so ein von diesem... Ich greife zu und kaufe und war dabei eigentlich mehr im Trance und habe nicht drüber nachgedacht. Aber ist egal. Ich freue mich trotzdem, es genommen zu haben. Exition. In der Zweierdisk Limited Collectors Edition. Genau. Von ADV Entertainment. Es gibt davon Standardsachen und Special Editions, aber meistens im normalen Willen. Und halt dieses Mediabook. Es gibt diese Blue-Hare Special Edition mit der DVD drin. Und dann halt das Mediabook. Genau. Und ja, ich habe mich jetzt halt dafür entschieden, weil es... Ich weiß ich nicht. Ich wollte halt den Film gleich in so eine Auflage haben. Ich sehe schon, dass mir sein in den Körper eindringt. Und der so weiter macht. Ich will von meinen Dickdarm erwürgt werden. Mann. Das könnte auch der dünne Darm gewesen sein. Ich will das gerade nicht. Naja, von welcher Firma ist das? 84. 84, genau. Von 84. Na, ist das mein Geburtsjahr? Na, das ist doch... Das kann doch ein guter Film werden. Naja, 84 wird aber oft kritisiert für die irre Veröffentlichung. Ich will mal zuhören, wie alt ich bin. Verdammt. Na, ewige 25. Ewige 25. Mit so einem schönen Deckblatt. Oh, eine Limitierungsnummer. Oh, jeppieieiei. Und das ist übrigens das Alternativ-Cover, das es auch gibt. Das ist, glaube ich, das Cover dieser Blu-ray Special Edition mit DVD und Blu-ray. Ich habe Nummer 735. Juhu. Nun ja. Weiter. Und dann haben wir hier das Mediabook. Ich habe eins davon. Ich bin begeistert. Was habe ich gesagt? 24 Euro, ne? Ja, es war ein bisschen teurer, ne? Ja. Aber, oh, da ist ein Bild dahinter. Oh, ein Dünndarm. Ich freue mich. Oder ein Dinkdarm. Ich weiß es nicht. Ja. Das erklärt auf jeden Fall das Bild vorne, weil sie hat ja da auch irgendwie scheinbar was in der Hand. Nur, da ist es so. Es sieht so aus, ne? Irgendwie, aber... Oh, wow, wow, wow. Auf was habe ich mich da bloß wieder eingelassen? Das ist einmal die Blu-ray. Jetzt schauen wir mal kurz durch. Schien, ne? Das schaut gut aus. Also das Mediabook, die Aufmachung der Filme. Mal schauen. Informationen. Interessante Bilder. Was ist denn das da? Das da ist Sex. Nein, sowas darf ich nicht zeigen. Schon gar nicht in der Aufnahme. Oh, den kennt man ja auch aus Hostel 2 und Desperate Housewives. Vielleicht machen wir auch nochmal so ein Schauen-Ding draus. Okay. Meine, ja, 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 ja. Und was haben wir hier noch mehr? Dickdärme und Dünndärme? Ja. Oder? Ja, ja. Bis wieder. Meine, meine, meine. Also, äh, mal gucken. Man darf gespannt sein. Wahrscheinlich ist es nichts für mich, aber meine Güte. Und, ne, dass wir das klarstellen. Keine Vermietung oder Verkauf an Kinder oder Jugendliche. Ja. Halten wir es einfach mal fest. Das geht nämlich auch für mein nächstes Mediabook. Und ich würde sagen, das war heute eins meiner größten Schnäppchen. Also, vom Preis her. Weil es kostet im Internet 40 Euro. Ich habe es jetzt für 25 bekommen. Und bin, ich kenne, es sind drei Filme, kann man sagen, in einem Mediabook. Ich kenne alle drei. Und ich habe aber sehr viel von gehört. Und wollte die auch irgendwie mal schauen. Und dachte mir so, naja, da gibt es ein Mediabook, kann man sich ja mal kaufen. Die Ilsa-Trilogie. Gab es auch in der normalen Emery mit Pappschuber. Aber ich dachte mir, nee, ich spekuliere aufs Mediabook. Und drei Meter weiter war es da auch. Ich habe es lange liegen lassen. An dem Stand haben wir am Ende 235 Euro gelassen. Jetzt muss man es mal einfach in Worte lassen. Ja, aber wir haben ja Rabatt bekommen. Nein, wir haben ja einmal 210 und dann hast du noch die 25 Euro. Also 235. Aber witzigerweise, ohne Rabatt hätten wir 232 beim ersten Mal gehabt. Ja. Wenn er ja nicht so sonderlich erfreut darüber war, als ich gemeint habe, kann man da noch was machen. Ja. Meinte er ja nur, ist ja schon billig alles. Hat er auch recht, aber es geht immer noch billiger. Eben. So, dann haben wir es einmal ausgepackt. Das ist ja mit Schuber. Achso, ich wollte gerade sagen. Mit so einem Plastischuber. Oh, da ist Ilsa die Trilogie auf. Mach mal. Geh. Mach ruhig nochmal komplett. Ja, ja, ich achte daran. Du kennst damit, ich verstehe. So, wir haben ja einmal die Hülle mit Ilsa, die Trilogie. Ich habe bei Wikipedia ein bisschen über die Filme gelesen. Die sind ja doch sehr berühmt, berüchtigt. Keine Ahnung, ob die mir gefallen werden, aber ich freue mich mal drauf. Sieht ja ohne Schrift ein bisschen dämlich aus, ne? Ohne Schrift sieht es auch ein bisschen komisch aus, ja. Und auch hier limitiert auf 2500 Stück. Ich habe nochmal 1865. Da lagen drei rum. Ich habe mir alle drei geben lassen. Sie hatten die 1865, die 1866 und irgendwas in den 2000ern. Und dann dachte ich mir, na, nimmst du in die dritte Nummer. Schauen wir doch mal rein. Da haben wir hier einmal Ilsa, Skiewulf of DSS. Sehr netter Titel. Interessante Bilder. Auch ein Film oder Filme, die ich mir wahrscheinlich nicht mit angucken werde. Eine Legende des Grindhouse-Kinos. Ich fürchte, auch hier werden schon wieder nackte Brüste zu sehen sein, oder? Kann das sein? Wir sollten aufpassen. Wir sollten auf jeden Fall... Nimm mal deinen Finger drauf. Jetzt sollten wir nicht durchblättern. Doch, jetzt hier haben wir Ilsa, Haaremswächterin des Scheichs. Das ist dann der zweite Teil. Und Ilsa, die Tigerin. Hä, die Bilder, wenn ich sie mal abschaue, kannst du dir die alleine angucken. Da haben wir nochmal... Ja, sie sind nur so heilig, aber meine Bitte. Der Jan Thorn ist ja auf jeden Fall wirklich berühmt geworden. Da haben wir nochmal hier die beiden anderen Filme. Oh, da ist ein Bild hinter. Da haben wir die doch mal raus. Da haben wir hier einmal Ilsa. Also, der Jan Thorn anscheinend aus dem zweiten Teil, weil dort sind arabisch gekleidete Menschen. Und da das der zweite Teil Haaremswächterin des Scheichs heißt, kann man davon ausgehen, dass man dort auch ein paar arabischstämmige Menschen sehen wird. Und dann schauen wir doch nochmal hier vorne hinter. Okay, sie ist nicht nackt, aber sie ist... Eingeschäumt. Eingeschäumt. Ich bin mal wirklich gespannt. Also, sind ja doch... Na ja, Trashperlen kann man das auch schon nennen, glaube ich. Ich freue mich drauf. Ich habe auch richtig Bock, wenn ich geguckt habe. Einfach mal mitgenommen. Für 25 Euro, 14 Euro gespart. So, ich würde sagen, ich mache erstmal mit meinen Sachen weiter komplett und dann beenden wir mit deinen netten Rest. Und alles drei Sachen, die ich kaufen wollte. Ich bin schon über eine Stunde. Haltet noch ein wenig durch, für alle, die bis hierhin ausgehalten haben. Es sind nur noch sechs Sachen. Und ungefähr eins, zwei, neun, zehn Filme. Zwölf Filme. Du hast da drei Filme. Du hast denn drei Filme? Ja, und ich habe hier sieben, also zehn. Ja, das ist der gleiche Film. Ups. Ja, ich habe mir die Saw Final Edition Unrated geleistet für sage und schreibe 44 Euro. Genau der Preis, den D und Thema geboten hat. Und dann wollte ich kaufen und dann war es teurer. Wie immer. So, und jetzt habe ich aber das hier mitbekommen. Und ich bin echt begeistert. Sieht schön aus. Und ich freue mich jetzt hier rein zu gucken, weil ich noch keine Videos dazu gefunden habe. Ich habe auch nicht nachgesucht, muss ich jetzt dazu sagen. Aber bisher sind mir noch keine Videos über den Weg gelaufen. Deswegen freue ich mich jetzt hier mal rein zu schauen. Oh, da habe ich jetzt in die Hülle geschnitten. Sie hat das Digi-Pack kaputt geschnitten. Nein. Wie, die Filme schneidet man nicht da aus? Das ist ein Pappschuber. Ich denke, die sind ungeschnitten. Oh, der war schlecht, ne? Der war schlechter. Ne, Steve? Ja. Ein Pappschuber. Ein Pappschuber. Leer ist er. Nicht sehr stabil, aber doch okay. Ist okay, ne? Also, dem stellt man ja sich nicht so hin. Und hier, glaube ich, brauche ich deine Hilfe. Das könnte... Oh, warte, erstmal die Seite hier. Was haben wir da? Ich möchte es gar nicht wissen. Und dann fangen wir hier mit an. Ja, naja, man hat 10 aus dem Film, kennt man ja fast. Und dann in der Mitte haben wir alle mit den ganz, ein paar markanten Teilen, wenn man so will. Möglicherweise die ersten drei FSK 18 und dann ab dem dritten keine Jugendfreigabe, keine Abgabe mehr. Ich finde es echt interessant hier, so ein paar Mordsachen mit reinzuarbeiten. Einzelne Elemente aus dem Film. Was haben wir hier? Übrigens, hier in dieser Edition ist ja der erstmals der Directors Cut von Saw 3 mit drin, exklusiv. Ich versuche noch mal ein bisschen tiefer zu halten, dass man mal die ganze Edition hört. Wir legen sie einfach mal hin. Genau. Und von Teil 7 ist ja auch hier die 3D in der Uncut oder Unworked oder wie auch immer Edition drin. Können wir mal kurz umdrehen. Du nimmst das hier. Auch wenn das natürlich alles schon so schaut, ist dann aus. Ja, ich bin zufrieden. Sehr zufrieden. Ich wollte ja alle Filme eh auch selber nochmal für mich haben. Diese Aufmachung bietet uns beiden ja dann letztendlich auch sogar noch was Neues. Und daher... Zumindest ein Film. 44 Euro für 7 Filme kann man auch überhaupt nichts nennen. Äh, nichts zu sagen. Und ähm, ja, großartig. Ich freue mich. Ich befürchte zwar, es wird irgendwann nochmal, äh, irgendwann noch billiger werden, aber jetzt habe ich sie erstmal. Und da dir die 7 Filme nicht gereicht haben, in der Aufmachung... Äh, ja, was soll ich sagen? Habe ich mir... Ich halte sie jetzt mal beide gleichzeitig rein. Einfach mal so... Ich war so verrückt und habe mir noch diese beiden Metabooks gekauft. Danach wohl gemerkt. Und für einen Preis, der ist echt lächerlich. Beide für, also nicht zusammen, aber einzeln jeweils 5 Euro. Und ich habe mir gedacht, kannst du da nicht liegen lassen. Das ist echt so lächerlich. Das geht nicht, das darfst du nicht. Deswegen habe ich sie mir noch mitgekauft. Und da ich noch nicht weiß, was ich damit machen werde, ob ich sie weiterverkaufe oder nicht. Und weil sie eh alle schon gesehen haben. Ich glaube, ich behalte sie aber vielleicht eher als Sammlerstück eingeschweißt. Auch wenn sie hier schon so ein bisschen kaputt ist. Deswegen, weil ich die Filme jetzt in der Aufmachung habe, behalte ich sie und vielleicht habe ich irgendwann mal Glück. Und ich kriege 6 Euro dafür. Und deswegen, wie gesagt, verzeiht es mir. Ich lasse sie jetzt einmal mal eingeschweißt. Das Video ist eh lange noch. Nun fange ich mal weiter mit meinem drittletzten Film von Turbine-Medien. Habe ich auch nachgesucht, weil ich wollte ein bisschen meine Turbine-Sammlung aufhübschen. Habe ich mir gekauft The Last House on the Left. In dem schicken Digipack mit auch wahnsinnigen Extras. Und limitiert auf 5000 Stück. Ich habe die Nummer 3312. Witzig wäre gewesen, Nummer 3333. Ja. Aber egal. Aber wir hatten da ja heute sogar eine Sache. Ich glaube, es war eine Hardbox. Das war die Nummer 2 oder 3 von 1000 oder so. Es war im einstelligen Bereich. Das fand ich ganz cool. Hätte ich fast schon gekauft, aber der Stand war mir zu teuer. Und wenn er dann noch erfahren hätte, dass es im einstelligen Bereich ist, wäre der Film nochmal 20 Euro zu sein. Wahrscheinlich. Ich weiß nicht. Also, sie haben ausgepackt. Auch ein bisschen rau, matt. Irgendwie so. Wie wirkt der Pappschube? Doch. Sehr stabil. Wie eigentlich immer von Turbine. So, dann haben wir hier das Digipack Inlane. Hier einmal die Mondo Brutale. Oh, eine nackte Frau. Eine halbnackte Frau. Oh Mann. Eine Brust ist zu sehen. Die halte ich mit dem Daumen zu. Und dann haben wir hier den Thriller, der ihre Nerven zersägt. Du hast ja das Remake. Ich habe das Remake, genau. Können wir uns dann am Stück angucken. Einmal den und dann den. Und dann könnte man ein Versus-Video daraus machen. Oh Gott, man kann so viel machen und wir haben gar keine Zeit dafür. Drehen hier es einmal um und schauen einmal so rauf. Ihr kennt den Film sicherlich alle. Ich habe eine Variation davon mal gesehen. Die hat mir gar nicht gefallen, aber die war auch echt schlecht. Auch vom schauspielerischen Leistung her. Und auch tierisch geschnitten. Von daher, das konnte man sich gar nicht angucken. Und ich freue mich jetzt auf das Original ungeschnitten. Und das Remake. Und das Remake ungeschnitten in dieser, aber hier in diesem schicken Digi-Pack. Für 25 Euro. Hat man ja gesehen. Genau. Und da mir ein Turbine-Film nicht gereicht hat, habe ich noch bei einem zweiten Digi-Pack von Turbine zugeschlagen. Hexen bis aus Blut gequält. Wollte ich auch unbedingt haben. Kennen den Film nicht. Bin mal gespannt. Soll ja doch ziemlich gut sein. Und auch für 25 Euro gar nicht mal so teuer. Packen wir es doch auch mal aus. Schauen. Nehmen wir einen Blick. Ich den trinke zwischendurch. Dann trinken wir ihn. Auch hier auf 5000 Stück limitiert. Und hier habe ich die Nummer 2509 erwischt. Die neue hätten sie auch sparen können, 2500. Ja. Auch wirklich nette Extras. Bin mal gespannt, wie der Film so ist. Kann gar nichts zu sagen. Weil ich ihn gar nicht kenne. Wurde ja auch, glaube ich, schon öfter mal vorgestellt. Und schon wieder eine halbe Nackte Frau. Aber da sind die Brüste bedeckt. Und auf der zweiten. Mit einer Kette bedeckt. Und auch auf der zweiten hat sie noch halbe Grisant. Und hier hinten nochmal das Bonus Material. Ich sparen uns, um das Ding mal rauszunehmen. Ich befürchte, dann hätte er noch mehr Haut zu finden. Aber wir gucken nochmal. Oh, das sieht gut aus. Hexenbiss aus Blut gequält. Das klingt schon echt. Und ein bisschen tiefer, dann hat man noch mal ein. Das klingt schon echt böse. Muss ich sagen. Aber ich bin wirklich gespannt auf den Film. Also, das ist ja so ein Klassiker. Ich glaube, ich werde da auch nicht mitmachen beim Gucken. Oh, aber hier guckst du mit. Unbedingt. Bei Turbine Medien ist so ein netter Verein. Die haben ja auch noch einen dritten guten Film rausgebracht im Digi-Pack. Und da habe ich auch schon den ersten Film im Digi-Pack. Sogar in zweifacher Ausführung. Und zwar Texas Chainsaw Massacre 2 in der ersten Auflage. Ich hatte erst die Zweitauflage in der Hand. Wollte sie gerade zurückbringen, weil ich mir dachte, nee, dann bestelle ich mir lieber die Erstauflage. Gehe zurück, wo er lag. Und auf einmal liegt da noch eine Version von der Erstauflage. Und dann stand da noch jemand. Ich dachte so, wieher, der nimmt das jetzt. Wieher, der nimmt das jetzt. Er hat es nicht genommen. Und ich habe zugeschlagen. Jetzt bitte auch zu, was ihm Kinnhaken gibt. Nein, das war ein älterer Herr und der wirkte ein bisschen gebrechlich. Und dann habe ich ihn erst schnell mitgezwirfen, auch für 25 Euro. Ich war ja generell überrascht, wie viele ältere Herren da waren. Oh, dieser Stand war auch voll. Wir sind ja nicht weitergekommen. Von links kam es auf den rechts kamen. Und irgendwie standen wir alle in der Mitte und dann ging es nicht weiter. Und dann haben sie gesagt, man soll sich rechts hin anstellen. Ich war doch, weil sie alle stehen geblieben sind. Ja. Und dann hat man nur noch, warum geht es denn hier nicht weiter? Ihr müsst weiterlaufen. Und ich dachte mir so, ja, würde ich ja gerne. Ja. Egal. Auch wieder mal auf 5000 Stück limitiert. Und hier habe ich die Nummer 4881. Ja. Auch wirklich gut stabil, der Schuber. Wie die anderen ja auch. So, hier haben wir das Bild. Hinten. Eieiei, wie sieht er denn aus? Ja. Dazu äußere ich mich nicht. Dann haben wir hier Dennis Hopper. Ich war überrascht. Ich habe es gar nicht mal mitbekommen, oder? Aber ich war es nicht mehr bewusst, dass er da mitmacht. Und dann haben wir hier auch die Blu-ray-DVD. Wollen wir mal hinter ein Bild gucken? Vielleicht hier Dennis Hopper mal rausnehmen? Ob noch mehr Dennis Hopper da drin ist? Nein, mach du. Ist deine. Dann musst du mal halten. Ja, mache ich. Ja, es ist noch mehr Dennis Hopper. Ja, es ist noch mehr Dennis Hopper. So. Und einer seiner teuflichsten Rollen. Jetzt wahrscheinlich hinter dem anderen auch der andere. Leatherface. Ja, wir nehmen sie jetzt mal nicht raus. Ne. Weil wir haben schon über eine Stunde. Ja. Wir drehen es aber nochmal einmal. Ja, das muss ich sagen. Ups. Hallo. Schauen sie uns nochmal an. Oh, hallo. Ich weiß, woher Hatchet die Idee mit der 3-Meter-Kettensäge hat. Muss ich sagen. Also, das ist ja doch eine Hommage noch. Okay. Sehr schön. Das war der letzte. Reicht ja auch. Wie gesagt, wir haben irgendwie, jetzt nicht komplett zusammengerechnet, aber. Über 200 Euro jeder. Ja, naja. Ja. Ich habe 200 Euro fast schon glatt und du ein bisschen drüber. Aber. Gute Editions und geile Filme. Ja. Ich bin immer noch platt, gerade wenn ich das jetzt hier so in einer Seite sehe. Entschuldigung, ich weiß, was wir heute gucken. Wir gucken Midnight Meat Train. Oder. Mal schauen. Oder Hexenbiss aus Blut gequält. Ne, das kannst du, wie gesagt, faschen alleine. Ja, man muss ja das Video schneiden. Dann gucke ich mir Hexenbiss aus Blut gequält, dann bist du fertig bist. Wir überlegen, was wir da machen. Und ich wahrscheinlich werde erstmal nur auf der Couch fallen und mir überlegen, wo ich die ganzen Sachen überhaupt hinstellen soll. Ich habe gar keinen Platz mehr dafür. Ja, allein ich kann ja für meine ganzen Mediabooks inzwischen eine Regalreihe eröffnen. Eine 80 Zentimeter lange Billiregal-Hälfte. Ich habe mittlerweile auch nicht nur ein kleines Fach, sondern wahrscheinlich gleich zwei große Fächer mit Mediabooks. Das ist glaube ich auch unser längstes Video. Ja, tut mir leid. Am zweiten, dritten, es geht auch noch ein bisschen länger. Ich kann auch kosseln. Am zweiten, dritten ist das nächste. Und ich glaube, ich werde schon wieder hin. Das nächste. Das nächste Event. Noch ein bisschen gerettet. Nee, es ist ja gar keinen Sinn. Ich war wirklich am Anfang wie im Kaufrausch. Und dann stehe ich da unten in der jugendfreundlichen Abteilung und denke mir so, wow, wow, nö. Fuck, fünf Euro für das Digi-Pack. Nee, das ist mir viel zu teuer. Und dann auch noch Ding. Wir haben ja den zweiten Saal, den zweiten 18er Saal, gar nicht gleich gesehen. So, wir waren durch und haben dann schon gedacht, so, okay, wir haben ja schon so viel Scheißgeld aufgegeben hier. Was noch? Und dann meint du, komm, lass uns doch mal in den hinteren Saal gehen. Und ich so, welchen hinteren Saal denn noch? Und dann war da nochmal ein größerer 18er Saal, als wir oben gesehen haben. Unterlag im Mediabook rum für 20 Euro. Und es war vergriffen. Ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Ich habe es schon vergessen. Irgendwas mit Leichen. Auf der einen Seite lag es für 29, auf der nächsten für 20. Und dann hieß es irgendwie, ist ja eigentlich schon ausverkauft. Und ich dachte mir, nehme ich mit. Aber ich hatte kein Geld mehr, so wirklich. Und guck einfach ans Endoskelett-Video, der hat das Ding im Originaltitel. Genau. Und es gab es einen deutschen Titel. Du bist mit Leichen auf jeden Fall. Ja. Behaupte ich. Ja. Aber so viel, was ich auch noch liegen gelassen habe. Da waren auch, meine Fresse, wie viele Kannibalenfilme. Auch so Klassiker wie Man-Eater. Oder Klassiker in Anführungszeichen. Die haben als Klassiker erzählt. Ich kenne keinen einzigen Film davon. Habe auch überlegt, hätte ich billig einen gefunden, hätte ich einen mitgenommen, um mir das mal anzugucken. Ja, und die ganzen Hardboxen halt. Da hättest du sogar einen billigen gehabt. Mit Society. Nee, nee, ich meine richtig, so hier, lebendig gefressen, Man-Eater. Okay. Also diese Hardboxen, für 10 Euro. Und da gab es ja noch mehr. Also da gab es ja 4 für 10, 2 für 10, 1 für 10. Das ist so, so witzig gewesen. Und Importe und hast du nicht gesehen? Japan Importe. Kevin Fever für 6 Euro im Pappschuh war und ich habe es liegen gelassen. Weil es eingerissen war. Ja, vielleicht. Ich hätte es vielleicht sogar noch verkraftet. Wenn ich es jetzt bei Rewail bestelle, wird es wahrscheinlich sogar noch für... Nee, es ist D&T. Nee, ihr könntet ja auch bei Rewail bestellen. Da habe ich es ja auch auf meiner Grundliste. Ja, aber mit D&T für 10 Euro. Ja, es ist so Wahnsinn. Wahnsinn, ey. Aber wir haben ja schon die Creme de la Creme da rausgezogen. Es ist auf jeden Fall alles, was ich irgendwie wollte, habe ich bekommen. Ich nicht alles. Ich habe einiges liegen lassen, was ich auf der Liste hatte. Aber auch, es war halt dann auch nicht wirklich so billig, dass ich gesagt habe, okay, das nehme ich jetzt auch noch mit. Ja, es sind vielleicht ein, zwei Sachen, die ich jetzt... Also Freitag, den 13. zum Beispiel, da stand ja auf meiner Wunschliste. Aber da habe ich ja gar nichts von gefunden. Also entweder waren wir blind, weil wir auch irgendwann dann fertig waren. Oder es gab es einfach nicht. Das ist vielleicht das Einzige, aber ich vermisse es jetzt nicht. Halloween habe ich noch liegen gelassen. Ja, die Mediabooks für 24 Euro. Aber warum nur zwei? Ne, drei. Ich hätte drei kriegen können, aber nur zwei in den Cover, wie ich es haben wollte. Du hättest sogar vier haben können, weil Age 20 lag ja auch rum. Ey, wer lag so viel? Ey, wir können das hier noch aufzählen. Egal, mach nicht. Aber ich werde auch noch teilweise damit ärgern, was für Preise da rumlagen. Machen wir jetzt aber nicht, weil es geht schon fast eine Stunde, 20 Minuten. Genau, also... Machen wir jetzt feierabend. Ja, und wir sind ja auch müde, wir sind gerade erst nach Hause gekommen. Ich weiß auch gar nicht, wie wir das fotografieren wollen. Oh Gott, das muss ich auch noch machen. Ja, ähm... Oh, wir sagen tschüss. Ich weiß schon gar nicht mehr, was ich sagen soll. Ich bin müde, fertig und ja. Auf jeden Fall geile Sachen. Richtig geil machen. Das ist so großartig. Und ich freue mich schon echt hier drauf, das alles zu gucken. Und wie war das nochmal? Du hast für Saw 3 99 Euro ausgegeben und ich heute nur fünf? Ja, wie war das nochmal? Saw 3 kam damals 299 Euro und 199 Euro und 99 Euro. Also ich würde sagen, ich habe den billigsten Preis damals bekommen. Ja, damals, ja. Oh Mann, Entschuldigung, musste ich gerade nochmal reinhören. Damals hieß das Out of Print nicht mehr zu kriegen. Und ich wollte den dritten haben, weil ich habe mit der Reihe jetzt angefangen im Media Book. Ja. Und dann musste ich zuschlagen. Ja. Wer hat damit, dass ich drei Jahre später das Ding für fünf Euro verrancht kriege? Ich sage, was bescheuert ist. Ich hoffe, ich kaufe mir einen Film, den ich mal an dem Tag sogar schon gekauft habe. Egal. Nicht mal eine halbe Stunde danach. Nicht mal eine halbe Stunde. Oder eine Stunde oder so. Drei Stunden, ne, zwei Stunden waren wir mal. Zweieinhalb Stunden waren wir da. Dann waren wir fertig. Und die Geldbottel leer. Ah, die war ja schon nach einer halben Stunde leer. Egal. Wir will ziehen das in die Länge. Lass uns einfach verabschieden. Bis nächstes Mal. Bei Mikis und Mendes Filme. Mal schauen, was das nächste Video wird. Im schlimmsten Fall. Kaufen wir immer nichts. Das Update-Video. Wir haben ja noch so... Die wir da vorstellen können. Aber... Oh ja, ist ja erstes Monat. Stimmt, das müssen wir ja auch noch drehen. Am besten gleich hinterher. Also ein Update-Video kommt auch noch. Aber es wird sich wahrscheinlich verschieben. Es wird ein kurzes Video. Es wird ein kurzes Video sein. Vier, fünf Sachen sind... Stell dir mal vor, wir hatten das alles ins Update-Video gepackt. Und das, was wir vorher gekauft haben. Wollen wir nicht noch ein Update? Nein. Also das Update-Video verschiebt sich. Das kann ich jetzt schon mal sagen, weil ich muss erst mal dieses Batzen-Ding hochladen. Und ja. An dieser Stelle verabschieden wir uns jetzt einfach mal ganz schnell. Und sagen... Auf Wiedersehen. Zuschauen. Auf Wiedersehen. Und wieder einschalten, wenn es heißt Miki und Melo-Vis Film-Universum.